Oh scheiße, es geht mit der Wedge-Spriter. What the heck is this piece of junk? Can this thing really cut? Alter! This shield couldn't even hold up against the light breeze either. If this is the sort of stuff you're selling, you're either blind as a bat or you're purposely trying to rip off your customers. Look, lady, don't be silly here. This shop's produced a long line of Armory Contest Champions, you know? With this junk? Look at this! A beautiful showpiece, a highly capable weapon, and at such a reasonable price. Oh, is that supposed to be a decoration? I thought some dirt got on it or something. Then how about this? It's a little bit more costly, but it's razor sharp and superbly balanced. Even a weak little girl like you could wield it with ease. That sword's rusted around the hilt. It'll snap after two or three strikes. Look, you're just here to heckle me and get in the way of my business, aren't you? What a rude thing to say. I'm just hoping you'd stop selling this garbage if you still consider yourself to be an honest merchant. Ha, that's much fussy! Ha, 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 ha! I can't get this. Do you think that I'm just saying that I'm dishonest? Ha, I'd like to see what you could make, lady. Supporting honest merchants is my duty, you know. W-w-wait, are you from the merchants guild? Well, you could say, I'm a representative. I'll be damned. I had no idea you were so, uh, high up. Glaubst du, das ist einfach so? I'm going to turn over a new leaf from now on, okay? I'd appreciate it if you could keep today's little encounter, uh, secret. Ooh, I like a guy who knows how things work around here. No, not at all. I don't know a thing compared to you. No doubt about that. Ha, 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 ha. Are you sure about this, Welch? Ha, 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 ha. Warte, was? Äh. 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 Sie ist auf Stufe 30 schon? Äh, ich hab... Ein recht vernünftiger Kerl ist eh So nah dran, den Wettkampf zu gewinnen Ich bin gerade ein bisschen perplex Dass die sich halt Krosse? Alia? Da ist die Quest? Was ist hier los? Oh, was bist denn du hier? Kerl, jawoll Junge Jawoll Junge Kerl, bist du das? Oh, ist das die kleine Freundin? Ich bin mit Mama hergekommen Werde jetzt hier leben? Weiß noch nicht, Mama meint, sie sucht nach einem Ort Wo wir in Frieden leben können Am besten nicht an der Küste Oh, dann aufhalten, was er all das hier versucht hat Bevor noch mehr passiert Stimmt, er hat recht, wenn er mit Kindern wie Kerl Dann wirklich deine bessere Welt aufzuwachsen Ist das seine Freundin? Ein paar neue Freunde Achso, ne, scheinbar nicht Wo sind die anderen? Ist das die Muri? Ne Salva Krosse Mama Ey, ist cool, dass wir immer wieder so Sachen auftauchen Ja, aber ist jetzt deine kleine Freundin gestorben, oder nicht? Oder weggespült worden? Welch? Nicht schon wieder Eine Geschichte, Welch Ich will eine Geschichte von dir hören Hm Also es war mal ein König, der große Probleme hatte Ein Königreich lag weit im Norden Und jeder dem kalten Winterfroren und verhungert ist wie in seiner Untertaten Der König wollte ihm helfen und dachte lange darüber nach, was zu tun wäre Er wusste, dass die Länder des Südens reicher Nahrung waren Mehr als genug, um sein Land durch die Winter zu bringen Darum sandte der König eine Armee, um seine Nachbarn zu überfallen Aber so endete es nicht Im Südenland lebte eine Frau, die in ihrer Kinder mit dem König befreundet gewesen war Sagte der König, er würde sie eines Tages heiraten Doch er hatte den Gedanken lange aufgegeben, um sein Königreich besser zu dienen Also gab der Krieg zwischen den beiden Ländern Viele starben auf beiden Seiten Nachdem der Krieg vorüber war, sandte der König einen Brief zu seiner damaligen Freundin Doch der Krieg hatte eine unüberwindbare Mauer zwischen ihnen richtet Und deshalb antwortete die Frau ihm nie So endete die Geschichte Äh Der König muss jetzt einsam sein Die Frau tut mir leid Mein König ist der mächtigste Mann eines Landes, aber auch der einsamste Das Ding nimmst, die dir nicht gehören, tut dir das später noch leid Sagte davon, so einen Krieg anzufangen Ganz genau, es war dumm vom König, so eine einfache Tatsache nicht zu begreifen Ähm Warum gehen wir einfach raus? Okay Ich habe immer noch nie rausgefunden, wo eigentlich die Freundschaftsschule steht Jetzt haben wir überall PA-Dinger, weil die Wedge dabei ist, oder was? Schauen wir mal in Salva Da ist irgendeine Quest Was machst du jetzt hier? Oder wer bist du überhaupt? Oh, mit der Welch Ich fürchte, ich habe mich etwas verirrt Wohin geht es denn hier nach Harley? Äh Äh Warte mal Nach Norden Vielen Dank ihr alle Okay Okay Okay, dann auch noch große Große Krabbe Pizza Äh was Oh, Claude Just when I needed you Yes Vertont Alter, ich liebe es Wenn es vertont ist Vor allem mit der Welch Als weil die halt einfach nur schwaße macht Was ist es? Ashton und seine Drogen haben gerade einen neuen Trick gelernt Ein Trick? Hier, schau dir selbst Ich, äh, bin nicht sicher, ob ich es sollte Ja, ich würde ihn gerne sehen Ja, ich würde ihn gerne sehen Nein, natürlich ist das nicht, was ich meine Ich werde ihn sehen, okay Ich muss ihn sehen, okay Ich muss ihn nicht angreifen Ah What are you sighing about, Ashton? Come on, creepy and weepy Get moving Anna, one Hannah, two Hannah My name is Ashton Warrior of the Twin Dragons Creepy Weepy And me Me and my dragon pals Me and my dragon pals Alter Wie hat es ihn dazu gebracht? Wir machen dieses Akt in der Publix Square Und machen alle kinder Geld Philippa so legt seine Befreundschaft so Alter, das ist, das ist halt einfach nur geil Ich meine, der tut mir leid, aber es ist halt einfach geil Ey, ich sag ja, die Welch ist halt mega Das ist, das ist einfach Marse? Ist der Typ jetzt in Marse? Hey, ich hab doch nirgendwo gesagt Ist wieder verlaufen Äh Östlich Oder? Norden ist oben? Ja, östlich Ah, er hat mal früher gewusst Danke für deine Hilfe Alter, du musst doch nur dem Zeug nachlaufen Wann musst du denn jetzt enthüllen? Ja, warum bist du jetzt hier? Ich kann irgendwie nicht nach Harley Bist du überhaupt hergekommen Mit dem Boot natürlich Hä? Also um nach Harley zu kommen Musst du wieder mit dem Boot fahren Oh, natürlich Wie dumm von mir Warte, der ist jetzt nicht in Linga, oder? Wie ist er denn jetzt nach Linga gekommen? Wie ist Krasners Haus? Hey, warte mal, das ist doch da, wo ich hin muss eigentlich Da Da Hä, aber ich dachte, da war Hä? Ja, da Hä? Hä? Also scheinbar, könnte ich die Quest jetzt nicht weitermachen? Aber hier gibt es PA in der Aktion Ah, ja, stimmt, die Kleine Kannst du vergessen, dass das hier eigentlich ne P- Hey, wir haben uns vorher kennengelernt, haven't we? Nehmt ihr was? Ja, da ist was, was ich dir gefragt wollte. Oh, du bist in mir interessiert, nicht wahr? Klingt gut für mich. Ich bin frei alljährig. Oh, das ist nicht was ich wollte. Oh, du musst es so starken. Das ist einfach so gross. Ich, uh, sorry. Oh, das ist okay. So, was hast du? Ich bin interessiert in das Ding, du hast da, in der Fall. Das Ding? Das ist ein R.C. Fahr, nicht wahr? Ein R.C. Wett? Komm schon, das Name ist stupend. His Name ist Robby, okay? Hm, ich glaube, Robby ist nicht viel besser, wenn ich es denke. Nein, es ist gut. Du denkst? Na, super. Ich liebe das Name selbst. Du kennst das R-Song, Rob, 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 Robby? Nuh, uh. Wieso, um, du bist interessiert in Robby? Huh? Du weißt, dieser Mann hier. Du magst ihn? Well, ich glaube so. Ich meine, es sieht genau wie ein R.C. Fahrer. Wieso wie ein R.C. Fahrer? Das ist doch kein Auto. Ich weiß nicht, was ein R.C. Fahrer ist, aber ich bin glücklich, dass du Robby magst. Das bedeutet, dass du und ich ziemlich gut zusammenkommen. Listen, du willst, wenn du in meinem Haus einst? Und du hast etwas zu essen? Ich habe alle anderen Sachen, die ich gemacht habe, die ich dir zeigen kann. Du bist sicher? Und ich versuche dich nicht zu fragen, okay? Ah, genau. Super, dann. Mein Name ist Preeces. Preeces F. Neumann. Preeces? Schön, dass du dich kennst. Oh, mein Name ist Claude. Claude C. Kenny. Hm, gut, dass du dich kennst, Claude. Äh, gib mir jetzt hier bitte ihr heim. Kommt ihr den da bitte? Hey, äh, Claude? Ich wusste, wie alt bist du? Ich bin 19 dieses Jahr. Wir sind nur drei Jahre entfernt, dann. Keine Wörter. Sie ist da. Hä? Ich dachte... Was meinst du? Was denkst du, ich meine? Äh... 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 By the way, Claude, that blue-haired girl who is with you, is she your girlfriend? W-what? No. Hm, I see. Das geht lange, Alter. Ich dachte, ich gehe da... Das geht lange, das geht lange. Die Raina ist auch schon hier. Ah, jetzt fällt es mir ja schon auf, die haben einen Kotatsu, ne? Und einen fucking Fernseher. Danke. Oh, Raina? Was machst du hier, Claude? Oh, Dad, if you're gonna be bringing cute chicks to the house, at least give me some advance warning. What are you talking about? You're the one bringing strange men in and out. You know, you could at least try to be a little more discreet about it. Uh... Um... Wow, so this thing caught your eye, too, huh, Raina? Y-yes, it did. Well, you know what they say. Sooner or later, true genius always gets recognized for the genius it is. Yeah, shame that usually doesn't happen until long after the creator's dead. That was unnecessary, young lady. So what was it that inspired you to make stuff like this? Huh? Well, I know this will sound generic, but for me, it was purely just a flash of inspiration. Oh, really? I need to ask, though. I couldn't help but notice the clothes you're wearing. It's not something you can get just anywhere, is it? Oh, you think? Oh, they sell clothes like these all over the place. Nothing special at all. He's laughing for you, man. Um, Claude? Well, there are people still waiting for us, so we should be taking our leave. He needs to be like, so I'm back here. You have to go? I'm sorry, I didn't have more hair to offer. Oh, not at all. The tea was lovely. Listen, uh, you know how my dad was talking about that flash of inspiration before? Well, that was a big, fat lie. A lie? A while back, my dad picked up this weird hunk of iron that shone like the sun. It was really huge, too. He said something about it falling out of the sky. Fell from the sky? Like the sorcery globe? Yeah, probably. And, um... What? Listen, Raina, you're probably totally jealous of me right now, right? You don't have to hide it. It's not like I might have a rival or anything. Hahaha, tea, I'm like super sickly. Wait, I... It's not... I'm telling you, it's okay. I mean, you do have a thing for Claude, don't you? Oh, of course not. Don't be silly. Oh. 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 Oh, so no problem, then. There is a problem. A big one. And what would that be, hmm? Well, I mean... Hmm, so why? What's the big deal? I... I just... Oh, the sorcery globe. We've got the sorcery globe to think about. Hahaha. Listen, Precis. We're about to set off on a journey to investigate the sorcery globe, okay? I'm sorry, but we don't have the time to preoccupy ourselves with you. Hahaha. Oh, hold it there, you two. So you guys are gonna go check out the sorcery globe? Hmm. Yeah, that's right. Then let me go with you. Come on, take me along, please. I... We can't let you join us just because you want to. Come on, why can't I go too? We're friends, aren't we? Whoa, 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 since when were we friends? We've always been friends, as far as I'm concerned. Are you trying to deny it? Hä? And when is this happening? That's not what we're saying, no. What's the problem then? I mean, the sorcery globe, the ladder of the sky too, didn't it? If I can find it and take it back home, I bet I can use it to make even better stuff than ever before. Besides, you're the only folks I know who'll treat me like a normal girl. Precise. Precise. Die Frage ist, kann ich sie wirklich ablehnen? Ich muss das mal schauen Also ich habe jetzt halt irgendwie was komisches gelesen Dass du die irgendwie Also du kannst sie verpassen Du kannst scheinbar alle Charaktere im Spiel verpassen Außer natürlich Claude und Rayna Weil das die Hauptcharaktere sind Aber du kannst eigentlich wirklich alle ablehnen Wenn du Bock hast Äh, okay Wir wollen etwas lebhafter werden als sonst Die wird immer lebhafter Ey, okay, ist aber ehrlich Mit der Welch noch lebhafter als mit ihr Kannst du eigentlich schon nicht mehr Hey Leute, hier bin ich Sorry, ich bin late Aber ich hatte einfach keine Ahnung, was zu bringen Es ist meine erste reale Aventure Und alles Sind Sie jetzt bereit? Ja, bereit wie immer Huh? Ja. Also, schön, dich alle kennenzulernen. Sind wir dann bereit, um zu gehen? Und sie hat einen verdammten Controller in der Hand. Und das ist halt einfach so Oldschool-Anime-Style. Richtig Oldschool. Warte mal, jetzt können wir ja eigentlich... Ja. Es gibt ja überall... ...PAs. Ich weiß, es ist momentan ein bisschen viel mit PAs und so Zeug, aber hey. Das macht das Spiel halt auch mit aus. Oh, stopp' zu sein so stubbern. Sag mir einfach. Ich sagte dir, du musst mich nicht stubbern nennen. Oh, weh. Warum schaffst du so weinig, Reina? Du bist heute extrem sensitiv. Oh, ich bin nicht. Siehst du? Jetzt bist du wieder wunderschön. Ich bin nicht wunderschön. Schau. Schau. Alles, was ich dir gefragt habe, ist, ob Claude eine Freundin hat oder nicht. Was ist so falsch mit dem? Was ist falsch mit dem, ist, dass ich es nicht weiß. Ich weiß nicht. Was macht dich denken, dass ich eine Idee habe? Ich weiß nicht. Was macht dich denken, dass ich eine Idee habe? Keiner. Keiner. Ich habe keine Freundin. Was? Wann kamst du, Claude? Äh, an dem Punkt, wo sie gesagt hat, dass du so stubbern bist, glaube ich. Oh. Entschuldigung, Damen und Herren. Aber es gibt niemanden, weil ich jetzt eineinig bin. Alter, das macht es nicht so. Was? Das ist nicht, was ich überhaupt erwartet habe. Glück. Was meinst du? Das ist ein Geheimnis. Und damit, lasst die Spiele beginnen. Ich hoffe, die beste Frau gewinnen, Raina. Was? Warum ich? Prisys, nicht die falsche Idee. Es ist okay. Du kannst es sagen, Raina. Besonders, je mehr Komponente, die es gibt, je heißer Dinge, die am Ende des Endes kommen. Wie die halt abgeht, ey. Ähm, Prisys, was ist hier passiert? Was ist das über Komponente? Oh, ich bin sicher, dass du schnell genug findest. Serious? Könnte jemand mich auf, was das alles geht? Schau nicht an mich. Aber es ist cool, dass dann jeder seine eigenen Dinger wiederkriegt. Da drin? Ne, da drin. Hast du die auch bei den Pflegebedruckten? Ah. Oh, Claude! Was bringst du dich hier? Schaut, ein bisschen Jam? Du auch, Prisys? Du hast es geschafft! Ich dachte, es wäre ein guter Souvenir, um zu bringen zu meinem Vater zu sein. Good idea! Es ist etwas, das du kannst für lange Zeit, so es wird immer gut, wenn du zurückkriegst. Genau. So, anyway, das ist warum ich hier bin. Was kind of Jam hast du für ihn, Prisys? Hm. Was glaubst du? Was denkst du? Wenn du wohnst, welchen kann ich dir auch etwas kaufen. Hm. Lass mich denken. Vielleicht etwas etwas anders, wie den Blutbeeren-Jam. Oh, zu schlecht! Oh, das war nicht alles. Was? Die richtige Antwort ist Hot Pepper Jam. Äh, das war nicht mal drauf. Was? Ich sagte Hot Pepper Jam. Hast du nicht gehört? Ist das noch zu lieblich? Wie sollte ich wissen? Es ist nicht so, dass ich es diejenige, die es essen werde. Hahaha, darum geht's. Äh. Keine Worte. Ich bin sicher, dass es zu lieblich ist. Warum würden sie es sonst anders verkaufen? Es wird wahrscheinlich deine Zutaten für einen Lumpen, doch. Hahaha. Ah, wie stark. So, krosse. Nein, nicht nur in den Laden. So, krosse. Jochen? Ich weiß, dass es nicht mehr tun hat. Oh, das ist wichtig. Und du andere sehen, dass ihr, dass ihr stint und gequ wage jemanden dort Es gibt dafür либо ein bisschen anderes, wenn man einen sch face auf es nichtfle Competitieren haben